Ja, viel Regen und viel Sonne, das ist die perfekte Kombination für Mücken und andere Plagegeister. Und das war ja jetzt momentan, es hat geregnet, dann wieder die Sonne. Und dann will man sich doch eigentlich nur draußen hinsetzen, mal in Ruhe frühstücken oder vielleicht auch in der Wohnung, sich mal zurückziehen, aufs Sofa setzen. Und überall sind sie, die lästigen Plagegeister, die uns stechen und andere Mücken und andere Getiere, die eigentlich nichts in der Wohnung verloren haben. Und die kommen da rein, ob man will oder nicht, es sei denn, man hat unser Fliegennetz. Ja, und Balkontür oder Terrassentür aufmachen, das wollen wir jetzt alle. Frische Luft brauchen wir, sobald es abgekühlt hat, machen wir die auf. Aber die Plagegeister nicht. Und das hier ist die Lösung für Ihre Balkontür oder Türen. Weil das wird einfach angebracht und zwar auf zweierlei Arten, entweder mit Klebefilzstreifen im Rahmen oder auch mit kleinen Nägelchen, je nachdem, wo Sie es festmachen. Und dann sehen Sie hier, absolutes Mesh-Gewebe, hier kommt nichts durch. Und wenn Sie durch wollen, dann machen Sie es jetzt genauso, auch mit vollen Händen, wie es Ann-Kathrin jetzt macht. Und Sie sehen, hintendran, durch diese durchgehende Magnetleiste, schließt sich das sofort wieder. Selbst wenn Mücken auf der Lauer liegen, haben Sie keine Chance, in diesem Bruchteil von Sekunden hier durchzuschlüpfen. Das heißt, Sie können die Terrassentür offen lassen und können jederzeit raus und rein. Aber die kleinen Plagegeister, die uns wirklich in den Wahnsinn treiben können, die bleiben eben draußen. Und das ist für mich Technik, die begeistert. Und ich möchte, ich habe es jetzt extra mal festgehalten, um Ihnen das zu zeigen. Weil schauen Sie mal, die ziehen sich an, die haben hier ein Magnet drin. Und sobald das jetzt, und Sie hängen das eben mit ein klein wenig Spannung oben auf, und sobald Sie durchgelaufen sind, ja, schauen Sie danach, passiert das. Übrigens, wenn Sie Haustiere haben, einmal mit einem Leckerli durchlocken, dann haben die das begriffen, dann laufen die auch rein und raus, vom Balkon rein oder wieder raus und wissen sofort, wie es funktioniert. Das ist also, da sind Hunde und Katzen intelligent genug, aber Mücken bekommen das nicht auf. Und dann können Sie eben auch mal ungestört den ganzen Abend die Terrassentür offen lassen. Das Problem ist ja oftmals, man hat innen eine Beleuchtung und außen ist es dunkel. Das heißt, die Mücken werden durchs Licht natürlich zu Ihnen reingetrieben. Hier wird es verhindert und das passt an alle gängigen Türen, denn die Maße sind hier in der Breite 1 Meter. Das ist so eine gängige Türmaßeinheit und die Höhe, die ist flexibel, maximal 2,20 Meter. Die kann man aber kürzen und dieses Schwarz finde ich sehr, sehr schick. Was hier auch noch wichtig ist, ist die Transparenz. Also obwohl Sie, obwohl das Schwarz ist und Sie eigentlich die Balkontür damit zuhängen, haben Sie eine permanente Transparenz. Sie können nach draußen schauen, von draußen, wenn es ein bisschen dunkler ist, kann man nicht reinschauen. Das ist auch nochmal so tagsüber, so ein kleiner Sichtschutz. Oben haben wir eine Bordüre, Sie sehen die jetzt ganz oben, 2,20 Meter. Ich denke, Ihre Terrassentür dürfte in dieser Höhe sein, dann ist das auch ein schöner Abschluss. Unten einfach anpassen von der Länge anzubringen. Ich habe es bei mir in meiner alten Wohnung, hatte ich zwei Balkontüren, habe ich es an beide angebracht mit meinem Sohn zusammen und wir haben insgesamt 10 Minuten gebraucht. Sieht sehr schick aus, sehr edel. Guck mal, hier sehen wir die eine Variante, das ist mit diesem Klettklebestreifen. Die sind im Lieferumfang enthalten und Sie sehen, Sie müssen auch nichts kaputt machen. Und wenn man es am Türrahmen befestigen kann, macht man das und klettet dann das Premium-Fliegennetz fest. Wenn man jetzt irgendwo Putz hat, dann sind so kleine Stahlnägelchen dabei. Die kann man dann in den Putz fixieren. Also es ist unglaublich einfach. Hier nur schauen natürlich, dass man hier natürlich auf Spannung das aufbaut oben und dann passiert Folgendes. Und das gilt natürlich nicht nur für fliegende Tiere, sondern auch für kleine, krabbelnde Tiere, wo nicht nur Frauen, sondern auch manche Männer sehr empfindlich darauf reagieren. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja, gerade so spinnen. Ich meine, ich möchte ja auch nicht töten. Ich weiß, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber die haben eben nichts in meinem Schlafzimmer, Wohnzimmer, egal wo verloren. Und da bleiben eben auch die Spinnen vor ihnen fern. Und das für 13,29 Euro ist natürlich auch ein super Preis. So lässt sich der Sommer genießen. Die Bestellnummer brauchen Sie noch die NC8846 und die 569. Und wenn Sie dann mal morgens den Frühstückstisch decken wollen, haben die Hände voll, ja, dann gehen Sie einfach mit Ihrem Serviertablett durch und hinter Ihnen schließt sich dann hier das Fliegennetz wieder sofort, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen. Das Einzige, was Sie jetzt noch tun müssen, ist anrufen 0800 51 51 und dreimal die 4, damit Sie diesen Sommer fliegenfrei und nückenfrei genießen können.